Alle eine Menge lernen, denn unser... Rüdiger! Gut, Rüdiger! Liebe Haterschaft, es geht weiter mit einem Draches Meinung. Ihr habt schon gemerkt, ich hab den Originaltitel drin gelassen, aber ich denke, es geht um Batterieladegeräte. Beziehungsweise um Reinies Batterieladegerät. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das Video dauert über elf Minuten. Und was Rainers Meinung zu einem Batterieladegerät, beziehungsweise auch einem Akkuladegerät, wie es richtig heißen müsste, sagen möchte, ich weiß es nicht, wie man so viel davon erzählen kann. Ich meine, wofür benutzt man es wohl? Akkus laden. Ja, fertig aus. Aber dann, Reini, es sieht aus wie immer. Kamerawinkel, auch wie beim letzten Mal. Er hat zehn Videos hintereinander so aufgenommen. Schön, dass der Greenscreen nicht komplett zu sehen ist. Man sieht die Ecke, die hinten runterhängt. Man sieht die Tür mit dem Drachenposter. Man sieht irgendwelche Flecken auf dem Greenscreen. Und eingeschaltet wird er natürlich nicht. So ist das halt. Warum soll man die Position wechseln? Irgendwie funktioniert es ja, genauso wie mit dem T-Shirt. Das hält auch warm, auch wenn man schon seit einer Woche trägt und überall Flecken drauf sind. Gut, wir sind es ja irgendwie gewohnt. Komm, fang an, Reini. So, Metal-Leute, servus und ein herzliches Willkommen zur fünften Folge der heutigen Aufnahmesession. Ja, wie gesagt, die Flecken sind auch noch die gleichen wie vorher. Man merkt es halt. Heute geht es um Ladegeräte, beziehungsweise um das Ladegerät hier. Meine Meinung zu dem Ladegerät ist besonders geil, denn... Oh, sie ist besonders geil. Jetzt werden wir mit Sicherheit ganz besondere Informationen dazu kriegen, welche Typen von Akkus man damit laden kann, mit welcher Leistung das Ganze geladen wird, in welchem Tempo es dann geladen wird. Es ist der Wahnsinn. Ich bin gespannt, Reini. Dieses Ladegerät ist fast so alt wie ich. Ich glaube, das ist etwa 20 Jahre alt. Und es ist richtig cool, weil... Reini, du bist zu diesem Zeitpunkt deutlich älter. Du bist doch 30 gewesen zu diesem Zeitpunkt. Ja, was soll's. Reini und Zahlen. Man steckt das einfach direkt in die Steckdose. Es hat kein Kabel oder sowas. Kann man auch nicht rausziehen. Das ist wirklich einfach nur... Man steckt das einfach nur rein. Und das passt. Und das Coole ist, es hat Funktionen für drei verschiedene Batterien. Man kann die vierjährigen Batterien reinstecken. Die 9-Volt-Batterien, glaube ich, sind das. Er hat recht. Es sind die 9-Volt-Batterien. Es ist der Wahnsinn. Er kann das. Er... Als wenn er sich schlau gemacht hätte. Es ist der Hammer. Ich hätte es nicht erwartet. Dann kann man die A3- und die A2-Batterien aufladen. Gut. Da war ein kleines Bäuerchen. Äh, mit drin. Aber im Großen und Ganzes. Die 2A- und die 3A-Batterien. Ja. Es ist... Es ist fantastisch. Also... Man könnte meinen, man lernt etwas dabei. Die erste Minute ist rum. Und... Gut. Das sollte auch jeder andere eigentlich wissen. Und... Was ein Akkuladegerät ist. Und... Dass es Modelle gibt, die man direkt in die Steckdose steckt. Und welche mit Kabel... Wirklich was Neues ist natürlich nicht dabei. Aber verglichen mit den anderen Meinungsvideos... Der Hammer. Wobei ich gar nicht weiß, ob man nicht sogar... Äh... Für dich selber jetzt durchliest. Was natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt. Und wir dir beim Rattern in der Bärde zu schauen dürfen. Äh... 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 Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Weil ich habe dieses Ladegerät... Habe ich früher so viel benutzt. Ich hatte das in der Schule dabei. Ich hatte das... Eigentlich ist das Ladegerät von meiner Mutter. Aber... Ja. Dann hoff mal, dass sie sich nicht diese Videos anschaut. Und irgendwann noch ihr Ladegerät zurückverlangt. Ich meine, du hast ja schon ihr Haus besetzt. Ich habe das damals so viel benutzt, dass ich das irgendwann... Keine Ahnung. Die hat das irgendwann mir einfach gegeben. Und gesagt... Hier hast du... Lass mir Ruhe. Weil ich ständig nach Ballerien gefragt habe. Und seitdem habe ich dieses Ladegerät. Ähm... Und benutze das auch dauernd. Das war zwischendurch... War es dann mal bei meiner Schwester. Das hat dann meine Schwester ein paar Jahre lang benutzt. Und dann, äh... Ja, als meine Mutter und meine Schwester weg waren. Habe ich es dann plötzlich selber gehabt wieder. Weil es halt noch da war. Und... Ja, ich habe das... Ich weiß gar nicht. Ich habe das so viel benutzt. Äh... Für Doppel-A. Für Doppel... Äh... Für Dreifach-A-Batterien. Für 9 Volt habe ich eigentlich nie groß benutzt. Die 9 Volt-Batterien haben für mich eigentlich nur einen Sinn ergeben. Lass mich raten. Es war eine Vernunftentscheidung. Du hast Rauchmelder in deiner Bude eingebaut. Nur einen Scherz, Reini. War klar, dass du das nicht machst. Du hast keine Rauchmelder da. Du musst da mal ab und zu Akkus tauschen. Das wäre harte Arbeit. Und Arbeit wird vermieden. Und zwar... Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Diese ferngesteuerten Autos von früher, die man hatte, ne? Die gibt es ja mit Sicherheit auch noch. Oder ähnliche. Aber bei denen war es damals so, dass das... Die Fernsteuerung von den damaligen ferngesteuerten Autos... Da musste man tatsächlich hinten eine 9 Volt-Batterie reinmachen. Und das war damals ein bisschen problematisch, weil eine 9 Volt-Batterie war nichts, was man so handelsüblich die ganze Zeit einfach zu Hause hatte. Warum nicht? Also normalerweise im Einzelhandel liegen neben den anderen Akkus und Batterien auch 9 Volt-Akkus und Batterien rum. Das ist jetzt nichts Spezielles, was man nur in speziellen Fachhandlungen bekommt. Wie gesagt, so AAA und vor allem Doppel-A-Batterien. AAA-Batterien sind ja solche, wo man normalerweise... Also heutzutage benutzt man sie... Also ich benutze sie vor allem im Haustelefon oder in Fernbedienungen. Da benutzt man die hauptsächlich. Man kann sie auch noch für andere Sachen benutzen, klar. Aber in erster Linie benutze ich sie zumindest daran. Und vor allem früher habe ich das auch daran benutzt. Die AA-Batterien waren besonders wichtig, weil man musste immer Gameboy spielen. Man hatte ja für den Gameboy hatte man eine AA-Batterien. Früher. Die Jugendlichen heutzutage, die wissen gar nicht, was sie für ein Glück haben, dass sie einen Akku in ihrem Ladegerät haben und dann auch noch mit Powerbank teilweise ihren Gameboy aufladen können. Reini, wovon erzählst du gerade? In ihrem Ding haben sie was drin? Meinst du das Wort Handy, Smartphone? Du hast es gerade Nintendo genannt, aber bist anscheinend wieder ein bisschen daneben, hast dir keine Gedanken vorher gemacht, wie immer bei diesen Videos. Ja, und dieser Gesichtsausdruck lässt auch schon tief blicken. Ganz ehrlich, ihr Jugendlichen habt keine Ahnung, was ihr für den Luxus habt. Genau, ihr Jugendlichen, ihr jungen Dinger. Wenn ihr hier vom Erfahrenen Reini hört. Bei uns musste man noch die Batterien in ein Ladegerät stecken, wenn man überhaupt welche hatte, die man aufladen konnte. Ja, Reini, Akkus halt. Keine Batterien. Alle Batterien aufladen. Oder man sollte nicht alle Batterien aufladen. Können tut man es tatsächlich schon. Also jede Batterie kann aufgeladen werden. Nur, ich glaube, nur handelsübliche Batterien, die nicht ladefähig sind, die darf man, glaube ich, nur zwei oder dreimal aufladen. Oder sogar bloß einmal. Und danach darf man die nicht wiederverwenden. Im Abgesehen davon, das ist natürlich immer ein ziemliches Problem. Wie dir was? Man sollte nicht wiederaufladbare Batterien, die nicht dafür vorgesehen sind, überhaupt nicht wieder aufladen. A, verschwendet man wahnsinnig viel Energie dabei, weil die halt einfach nicht dafür vorgesehen sind. Und zweitens können die Dinger überhitzen und anfangen zu brennen, was halt semi-vorteilhaft ist, wenn, naja, Batterie und Ladegerät irgendwann die Wand, dann die ganze Schanze im Brand steht. Gut, aber das sind deine speziellen Weisheiten. Also es geht, dass man sie teilweise wieder auflädt, aber man sollte es wirklich nicht machen. Und um ein paar Euro zu sparen, ähm, nee, wirklich nicht. Die Thematik ist, weil haben wir wieder, wie auch bei dem Plastik, haben wir auch hier wieder die Situation, erstens mal ist das wieder Plastik, na, aber gut, das lässt sich in den Innern. Ja, Reini, kauf dir doch eine aus Holz. Ach, du redest immer ein Zeugs, dein Naturschutzzeug, dein Tierschutz- und Tierwohlgedanken. Du hast Tiere immer schlecht behandelt, du hast dir nie Gedanken bei Investitionen darum gemacht, ob es irgendwie nachhaltig ist. Und du hast den letzten billigen Fleischabfall in dich reingestopft, den es überhaupt im Handel gibt. Es war dir immer völlig egal. Es ist wie immer. Es geht nur um dich und dein Wohlbefinden. Wie beim Plastik, äh, wieder die gleiche Situation bei Batterien. Batterien sind schädlich für die Umwelt. Und zwar nicht zu knapp. Ja, die Batteriesolid darin ist, ist definitiv nicht gesund und ätzend. Ja, Reini, du sollst die auch nicht trinken. Es gibt halt Geräte, da packt man besser Batterien rein, äh, weil es Geräte gibt, die sehr lange Betriebszeiten haben, aber ganz schwache Strömen brauchen. Und da ist es halt nicht sinnvoll, einen Akku reinzupacken, der wieder aufladbar ist. Weil wenn er wieder aufladbar sein soll, laufen die chemischen Prozesse da drin auch schneller ab. Das heißt, sie entladen sich auch schneller. Man muss diese Dinger danach halt nicht irgendwo durch den nächsten Gulli drücken, sondern, äh, abgeben, damit die auch recycelt werden können. Die Materialien da drin können ja auch wiederverwendet werden. ... und alles. Und, ähm, wiederaufladbare Batterien haben natürlich auch eine, aber bei denen ist der Vorteil, man kann einfach hergehen und kann sie, äh, langfristig benutzen. Was der Umwelt zwar auch schadet, aber eben nicht ganz so schlimm schadet. Wobei, äh, ich mal gehört habe, ob das richtig ist oder nicht, weiß ich nicht, dass wiederaufladbare, wiederaufladbare Batterien tatsächlich schlimmer sein, sondern das normale Batterien. Ja, wie gesagt. Ja, und Reini, du hast das mal gehört. Hast du mal recherchiert, woran das denn liegen könnte? Dass da zum Beispiel andere Materialien drin sind, wie Lithium, was vor allem früher problematisch war, weil man sehr viel Wasser dafür brauchte, um, äh, Lithium aus den Gesteinen rauszuschwemmen. Zum Beispiel sowas, nö. Behauptest einfach irgendwas, lässt das mal im Raum stehen. Ja, wird stimmen oder auch nicht, völlig egal, ist Content. Heutzutage besitzt ihr echt Luxus, dass ihr sowas habt. Wir haben sowas nicht. Und... Wie? Ihr habt sowas nicht? Ah, da sitzt nur du und wenn du von der Vergangenheit sprichst, du hast doch gerade erzählt, dass das Ding bei deiner Mutter gehörte. Ihr hattet so'n Teil. Das ist ein Nu. Sieht da wieder Haters? Böse Hater oder... Was ist da los? Fliegenschwaben, Ratten übernehmen das Haus. Ist irgendwie ein Müllberg umgekippt? Sag es uns. Reini, du bist mitten im Video. Es kann doch nicht dein Ernst sein. Ich meine, es kann irgendwas mal passieren. Es klingelt während der Tür oder sonst irgendwas. Aber dann schneidet man das Ganze raus. Und hier wird einfach jeder Müll drängen gelassen. Oder ist es ein Schlaganfall? Habt ihr euch was überlegt? Ah, wahrscheinlich. Wir hatten sowas damals nicht. Sowas wie aufladbare Batterien hatten wir, ja. Aber wir hatten sowas wie ein Ladegerät. Aber ihr hattet kein Ladegerät dafür. Das ist natürlich auch clever. Man kauft die teuren Akkus und kein Ladegerät. Nur im Hause Winkler. Ladekabel für unser Handy schon. Aber für unser Gameboy und so weiter. Das kam alles erst mit dem Gameboy Advance. Aber auch erst mit dem Gameboy Advance SD. Reini, ich glaube, ein Gameboy hatte aber schon einen Netzstecker. Das heißt, wenn man nicht unterwegs war, konnte man auch den Gameboy über die Steckdose betreiben. War jetzt auch nicht so ein Riesending. Also, die Technik war schon ziemlich weit. Ich glaube, was nicht funktionierte, der Gameboy hat sich damals, glaube ich, nicht sonderlich gut mit, ja, Akkus vertragen. Warum auch immer. Kann ich jetzt nicht so sagen. Ja, mit dem ganz normalen Gameboy Advance, mit diesem vierjährigen Kasten, der so quer in der Hand lag, mit dem hatte man das auch noch nicht. Der hatte auch noch Batterien. Wobei, ich glaube, man konnte da tatsächlich Akkubatterien einbauen und den sogar mit dem Kabel laden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Konnte man mit dem Vorgänger auch. Also, der Gameboy SD, der mal so aufklappen konnte, der mal so ein vierjähriger Kasten zum Aufklappen war, bei dem musste man tatsächlich ein Ladekabel verwenden. Der hatte keine Batterien mehr. Wobei jetzt hier wieder die Sache ist. Der hatte keine Batterien mehr? Ja, der hatte einen fest eingebauten Akku. Das war ein mobiles Gerät. Das stand man nicht nur am Netzstecker betrieben. Wenn das bei dir so war, dann war da kein Akku drin oder er war kaputt. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, wo das Problem denn mit den Akkus beim Gameboy war. Es liegt daran, dass die Pluspole abgerundeter sind als die bei normalen Batterien. Und deswegen bestand teilweise kein Kontakt und der Stromkreis war unterbrochen. Da hat sich das Gerät natürlich kurz abgeschaltet. Okay. Wieder was dazugelernt. Es liegt an der Form. Für uns damals, wir hatten ja sowas wie eine Powerbank auch noch nicht. Heutzutage haben viele Kids einfach eine Powerbank für ihr Handy oder für ihr Gameboy oder sonst was. Wobei Gameboys, glaube ich, am Aussterben sind, weil man ein Handy heutzutage hat. Aber viele Gameboys waren damals halt so, du bist auf dem Heimweg von der Schule. Du hattest in der Schule kein Ladekabel für dein Gameboy dabei. Das heißt, du konntest in der Schule nirgendwo ranhängen. Oh, das muss ja furchtbar gewesen sein. Man konnte nicht die ganze Zeit Gameboy spielen. Weder, man muss sich das mal vorstellen, da hat man sich teilweise mit seinen Mitschülern unterhalten müssen. Was für eine widerliche Situation das gewesen sein muss. Man musste soziale Kontakte aufbauen, musste sie pflegen. Ja, grausam, Reini. Ja, hättest du das mal gemacht, wärst du vielleicht sozial kompetenter geworden, dann hättest du ein angenehmeres Leben gehabt. Also... Naja, ich hab auch viel Skat gekloppt auf der Hin- und Rückfahrt zur Schule. Hat auch immer Laune gemacht. Pech. Weil du gehst nämlich dann auf dem Heimweg. Ich hatte zum Beispiel eine Stunde, musste ich mit dem Bus fahren, dass ich zu Hause bin. Oder anderthalb Stunden mit dem Zug, je nachdem. Und dann hab ich die A-Karte gezogen. Ich hab eine dge A-Karte gezogen. Weil ich konnte mein Tablet... Ich konnte kein Gameboy spielen. Weil wenn der Gameboy leer war, war er leer. Und sowas wie eine Powerbank gab es damals nicht. Ja, hättest du dir mal ein Buch mitgenommen? Irgendwas Interessantes? Hättest du denn noch die letzten paar Minuten was lesen können? Lesen bildet Gameboy spielen jetzt nicht so wirklich. Ja, Reini. Und das ist natürlich eine Riesenkatastrophe, wenn die Akkus oder die Batterien beim Gameboy leer sind. Und selbst wenn es eine gegeben hätte. Ich glaube, heutzutage geht es, weil man heutzutage USB-Anschlüsse für alles hat, auch für Gameboys. Aber damals war es so, dass die Gameboys einen speziellen Anschluss hatten. Und selbst wenn man eine Powerbank dabei gehabt hätte, hätte man nicht laden können. Weil man hätte nämlich keinen Anschluss für die Powerbank gehabt. Ich weiß nicht, ob die Gameboys heute anders aussehen oder ob die heute tatsächlich Ladekabel mit USB-Anschluss haben. Das weiß ich nicht. Aber früher war das eine echte A-Karte. Weil bei den Gameboys mit Batterien, da hast du einfach zwei, drei Päckchen Batterien mitgenommen. Ich zum Beispiel, ich bin einmal, zweimal die Woche in den Laden gegangen. Ich persönlich bin ein, zweimal die Woche in den Laden gegangen und habe mir einfach Batterien geholt. Also habe mir so ein Zehnerpack Batterien geholt. Einmal die Woche oder so. Oder einmal alle zwei Wochen. Und dann hatte ich halt Batterien dabei. Und ja, das war halt ziemlich praktisch, weil ich auf die Art und Weise die Möglichkeit hatte, jederzeit halt Batterien auszutauschen. Also bin ich da immer ein bisschen so der Meinung, lade Batterien oder Akku. Es ist eigentlich immer eine schwierige Sache, weil... Reini, was machst du da? Was tippst du da schon wieder auf deiner Tastatur rum? Du nimmst gerade ein Video auf. Könntest dich ein bisschen konzentrieren, oder? Es ist ja angeblich deine harte Arbeit, was du hier machst. Naja. Ja, okay. Er ist weg. Er muss irgendwas notieren. Es ist irgendwas anscheinend für ihn wichtiger, als Videos zu machen. Keine Ahnung, ob er sich wieder einbildet, dass Hater da sind. Und also seinen Kontrollblick zu seinem Bildschirm, wo die Kameras angezeigt werden, das Bild der Kameras, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Deswegen, ich weiß nicht, was er da macht. Ich weiß nicht, was ihm eingefallen ist. Es ist immer eine schwierige Sache, weil man die Batterien halt lässig austauschen kann. Akku hat man seltener Ersatzakku dabei. Vor allem bei den SD Gameboys. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Advanced ist. Ich glaube, bei Advanced war es auch so. Die sind hinten verschraubt. Das heißt, man musste auch noch ein Schraubenzieher, hätte man auch noch mitnehmen müssen, wenn man mehrere hatte. Naja. Meine Meinung zum Ladegerät. Dieses Ladegerät hat sehr viel, sehr viel überlebt. Ich weiß gar nicht, was ich mit diesem Ladegerät alles angestellt habe. Reini, das möchten wir gar nicht wissen. Ich habe noch nie jemanden gehört, der gesagt hat, dass ein Ladegerät viel erlebt hat. Aber du machst halt auch Dinge mit Objekten. Das ist unaussprechlich. In die Wand geflogen, weil ich immer angepisst war. Ja gut, das kann ich mir auch vorstellen. Wir wissen ja auch, dass du keinen Spiegel mehr in deinem Haus hattest, der nicht zerbrochen war, weil du sie halt in deiner Wut zerschlagen hast. Genauso wie Scheiben in deinem Haus. Ja. Was nur? Hat er vergessen, dass er ein Video aufnimmt? Hat er einen Schlaganfall? Ich weiß es nicht. Was ist los, Reini? Geht's dir nicht gut? Soll ich Herr Müller anrufen? Irgendwann mal nach dir gucken? Nicht? Hast du deswegen gerade mit dem Kopf geschüttelt? Es ist mal gegen die Wand geflogen. Es ist mal... Hashtag Impulskontrolle. Reini, hier, hier ist das Video. Ja, genau, guck in die Kamera, mach weiter. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem anderen angestellt habe. Es ist mal runtergefallen, mal gegen die Wand geflogen. Ja, erstes ist mal normal, es fällt schon mal was runter, aber dass man was aus Wut gegen die Wand schmeißt, so ein Ladegerät. Schwierig, Reini. Dann sollte man sich mal hinterfragen, runterkommen und gucken, dass man irgendwie wie ein normaler Mensch reagiert. Es ist mal aus dem Fenster geflogen. Okay, jetzt wird's komplett wild. Allerdings war das unabsichtlich. Okay, Reini, die Story würde ich jetzt gerne hören. Wie schafft man es, dass ein Akkuladegerät aus Versehen aus dem Fenster fliegt? Wolltest du es gegen die Wand werfen und hast einfach aufgrund deiner schlechten Wurftechnik das Ding durch die Scheibe gefeuert? Mein Zutrauen würde ich es dir. Aber gut, wir haben gesehen, wie du Sachen wirst, sonderlich hart wirst du nicht, wäre wahrscheinlich selbst von einer einfach verglasten Scheibe abgeprallt. Und ähnliche Aktionen. Also, es ist wirklich, wirklich, wirklich viel Mist schon passiert mit diesem Zeug. Und, ich weiß auch gar nicht, ehrlich gesagt, was ich da noch alles zu machen soll. Also, Ladegeräte sind natürlich praktisch, waren es damals, sind es heute. Du weißt nicht, was du dazu machen sollst. Du machst immer bei diesen Meinungsvideos irgendwas, du erzählst irgendwelchen wilden, unsinnigen Storys, hast keine Ahnung von diesen Geräten. Also, diesmal hast du ja schon gewusst, dass man damit tatsächlich Akkus aufladen kann. Und welche Typen davon, das war ja wesentlich mehr, als du in anderen Videos gemacht hast. Aber jetzt gerade stehen anscheinend wieder Hater vor der Tür. Reidy ist völlig paranoid, muss die ganze Zeit in die Kameras gucken, muss seine Show abziehen, muss natürlich notieren, zwei Leute plus ein Hund gehen über die Straße. Das muss notiert werden, das muss Herr Müller und das Gericht erfahren. Weil man halt die Batterien dafür wieder verwenden kann und das auch ein bisschen umweltfreundlicher ist, glaube ich, als jetzt zum Beispiel Batterien direkt wegzuschmeißen. Zumal man heutzutage ja Batterien, wenn man wegschmeißt, muss man immer schauen, dass man dann immer Sondermüllentsorgung macht, weil Batterien sind eben Batterien. Eine Sondermüllentsorgung? Reidy, lässt du da einen speziellen Entsorger zu dir kommen, der deine Batterien dann abholt? In jedem Supermarkt gibt es normalerweise eine Kiste, wo man seine alten Batterien entsorgen kann. Wusstest du das nicht? Ist das neu für dich? Hat dir das nie jemand beigebracht? Das fände ich schon schade. Und wiederauflatbare Sachen sind dann doch schon ziemlich praktisch, weil die zumindest langfristig ein bisschen halten. Gut, es tut mir leid, dass ich euch jetzt das Ohr so lange abkau und schon wieder abgelenkt bin durch diese ganzen Vollhonks. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Video mit dabei. Das ist zum Beispiel das, was ich meine. Ich kann kein Video ohne Hater machen, weil alle fünf Sekunden irgendwelche Pfosten vor meiner Tür stehen. Und ich sitze hier und mache meine Videos und labere über mein Zeug und alles. Und dann heißt es immer, ja, geh mal arbeiten. Ja, geh mal arbeiten. Ja, wo ist denn dein Problem? Dann würde auch deine Paranoia mal abnehmen, weil du das dann gar nicht mehr mitkriegen würdest. Oder schalt wenigstens mal deine Kameras aus und guckt nicht so komisch. Nächster Schlaganfall? Ja, anscheinend. Wir haben 14.04 Uhr aktuell und die Leute stehen von meiner Haustür. Ja, und? Schule ist zu Ende. Und ich sitze hier und mache meine Videos. Ja. Die Leute sind wahrscheinlich gerade aus der Schule gekommen oder haben Urlaub oder hatten, weiß ich nicht, Nachtschicht. Ja, und du sitzt da und hast halt keine Arbeit, sondern machst lustlos, irgendwelche schlechten Videos. Richtig. Geh arbeiten. Und ich soll arbeiten gehen? Ja. Wo ich fast das Dreifache verdiene wie deine Eltern. Wie beide. Reini, du hast die meiste Zeit deines Lebens nicht sonderlich gut verdient. Du hast auch immer mehr ausgegeben, als du verdient hast. Das ist nochmal der nächste Punkt. Und woher willst du wissen, wie viel Geld andere Leute verdienen? Ja. Und guck schon. Ach, meine Güte. Was ist mit diesem Gesicht? Naja. Ja. Ziemlich dumm. Ja, Reini. Es ist eine komplett hohle Aussage. Wenn du keine Ahnung hast, dass andere Menschen für Geld verdienen, dass du behauptest, du verdienst mehr. Es ist komplett hohl. Gut, Leute. Dann danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge wird es witzig. Oder es kommt darauf an, ob ihr es witzig findet. Ja, wahrscheinlich nicht. Du bist immer der Einzige, der deine Witze lustig findet. Ich hoffe, es geht nicht um Luan. Es geht nämlich darum. Geschirrtücher, beziehungsweise Geschirrtücher, Handtücher, Badetücher. Ich habe noch nie so gelacht, Reini. Ich habe noch nie so gelacht, wie jetzt gerade. Das ist so dermaßen witzig. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ich werde jetzt mal gucken, ob ich den Hatern da mal auf die Lichter haue, damit er endlich Ruhe ist und ich in Ruhe weiter aufnehmen kann, weil alle fünf Sekunden irgendjemand anderes angeschissen kommt. Polizei war zwar schon da, aber irgendwie haben die Leute zu viel Freizeit. Was weiß ich. Haut rein, euer Drache und tschö tschö. Reini ist wirklich der Meinung, er arbeitet hart. Ich kann es nicht verstehen. Ja doch, es liegt daran, dass er noch nie wirklich gearbeitet hat und es einfach nicht vergleichen kann. Unfassbar. Und ich habe auch noch nie jemanden gesehen, der es für unerträglich hält, wenn er mal ein paar Minuten nicht vor einem Elektrogerät sitzt, irgendwie Akkus leer sind, man sich irgendwie mit anderen Sachen beschäftigen müsste, mit Lesen, mit seinen Mitmenschen. Halt normale Dinge, die normale Menschen machen. Für Reini unvorstellbar. Reini wirft lieber sein Akkuladegerät gegen die Wand oder es fällt aus dem Fenster zufälligerweise. Es ist echt der Hammer, was man für Geschichten von ihm erfährt. Gut, wir sind durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like gerne da, wenn dem so ist. Schmeißt mir auch ein Abo raus, wenn ihr mehr Videos sehen wollt. Schreibt mir einen Kommentar, ich lese sie alle. Und falls ihr bei meinem ganzen Gelaber vergessen habt, wo ihr eigentlich seid. Du heißt, wie heißt du? Rüdiger heißt du? Genau, ihr seid beim Rüdiger. ein Abo. Geistes. Junge. Das geht. Ich habe das Geld, iphone. Und ich habe das Geld. Geistes. Das ist Video. Dann metric.